Die Maasai sterben, wenn man sie ins Gefängnis sperrt. Sie können sich nicht vorstellen, dass sich dieser Zustand irgendwann einmal ändert. Sie leben weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Sie leben nur im Jetzt. Es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Zu lange. Wir hatten zwei Wochen Strandurlaub in Kenia gebucht. Es war unser letzter Tag und eigentlich wollte ich ihn am Meer verbringen. Doch Stefan bestand darauf, noch einmal nach Mombasa zu fahren. Wir waren seit zwei Jahren zusammen und ich war mir sicher, dass es immer so weitergehen würde. Untertitelung des ZDF, 2020 Gibt es mir mal die Kamera? Karola, da ist ein Maasai. Was? Ein Maasai. Karola? 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 Dieses Land strahlte auf mich eine eigenartige Ruhe aus. Die Gerüche, die Farben, das Gewirr der Menschen. Merkwürdig. Bin ich doch ein Mensch, der die Ordnung braucht. Überschaubar muss es sein. Stefan. Nur ein bisschen Gas. Mensch, mir ist das hier zu gefährlich. Heute ist doch der letzte Abend. Na gut. You wait here, you wait for me. Please, a minute, yeah? Give me some minute, I'll be back. Okay? Okay. Was? Wir sollen warten. Komm, lass uns abhauen. Jetzt warte doch mal. Jambo, any problems? Wir sind ein bisschen verloren. Vielleicht, du kennst dich den Weg nach den Ferries? Ferries? Ja. Hallo, mach dich mal. Ja. Komm, komm. Fotografierst du mich auch mal? Meinst du? Ja. Ist es okay? Ja. Ja. Danke. Okay. Danke. Danke. Es gibt Leute, die behaupten, dass es für jeden einen Augenblick im Leben gibt, der alles verändert. Ich habe an so etwas nie geglaubt. Und ich habe an so etwas zu bekommen. Ich bin mit mir eingeladen. Ich bin mit mir eingeladen. Ich bin mit mir eing�aden. Ich bin mit mir eingeladen. Du bist mit mir eingeladen. Können wir mitgehen? Nee. Ach komm schon! Nein! Komm schon! Das soll sein! Komm schon! Hallo! Danke. Xin herz! Guten Abend! Danke. Bye! Willst du mit uns kommen, für einen Drink kommen? Ich bin nicht der. Okay. Ja. Das ist mir zu anstrengend. Wir haben mal einen Drink. Die haben uns mitgenommen. Jumbo, excuse me, can we make a photo please? Smile please. Thank you, Karibone. Stop, residence only. There's so many guests, they're my guests. I'm sorry, residence only. It's okay, it's okay. Where do you go? To Bush Baby Disco. Wait! Komm, wir gehen mit. Die wollen vielleicht gar nicht, dass wir mitgehen. Thank you. Dann gehe ich an meine, Mann. Das ist heute unser letzter Abend. Ich weiß. Was ist denn mit dir los? Nichts. Ich möchte einfach mitgehen. Hallo. Three Cokes, please. Post. Will you dance? Don't you wanna? Ero, kek mir mal, kek mir mal ein Tomat. Komm, wir gehen was trinken. Wir sitzen da drüben. Ich will nichts trinken. Mann, lass mich los. Du tust mir weh. Heute ist Weihnachten. Weihnachten ist das Fest der Liebe. Typ. Stefan. Papier sogar? Hör auf, hör auf. I'm sorry, I have to go now. Thank you. Auf Wiedersehen, Himalian. Goodbye, Karuna.